Was ist das für eine Scheiße, Mann? Leute, was geht mit dir, Alter? Was guckst du so dumm? Digga, was machst du hier? Entschuldigung. Alles klar, der... Herzlich willkommen zu einem langersehnten Case Open. Ich hab mir immer ein paar Chroma Keys gekauft und auch ein paar gesponsert bekommen. Aber vielen Dank an alle Supporter. Stehen unten in der Beschreibung, Leute. Dickes Dank an euch, wenn ich sie vergesse, hier reinzupacken. Aber ich denke mal, dass ich es mache. Mit dabei ist der liebe Nico von meinem Server. Den kennt ihr ja vielleicht. Der macht so ein bisschen Serverklam. Freunde, ich würde sagen, wir legen direkt los. Nicht lang fackeln, Kopf in den Nacken. Und ich hab mir nochmal hier drei Keyses für die Chroma Keys gekauft. Das heißt, wir werden so um die acht Case erstmal öffnen. Neun Case sind, glaube ich. Vielleicht packen wir noch einen drauf, dass wir die zehn voll kriegen. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der Chroma 2 Kiste. Nico, du darfst mir jetzt sagen, welcher Schlüssel oder welche Kiste? Schlüssel und Kiste. Ach so. Dann nehmen den... Ja, hä, die heißen doch alle Chroma 2. Ja, aber du kannst mir jetzt sagen, der Schlüssel und die Kiste oder der Schlüssel... Ja, der Schlüssel und die Kiste. Der Schlüssel und... Ne, das ist langweilig, komm. Ne, dann nimm den ganz links. Nein. Den? Nein, nein, nicht den. Bloß nicht den. Den anderen. Sechs ein halb Stunden später. Ja, nimm den. Okay, mit welcher Kiste? Mit... Mit der dritten von links hinten. Die. Quasi. Das wäre die. Genau. Mitte. Okay, alles klar. Okay, pass auf, wenn jetzt was richtig cooles rauskommt. Rub the gold knife, rub the gold knife. Wir könnten was richtig geiles bekommen, Leute. Schlüssel benutzen in 3, 2, 1, jetzt. Los geht's. Okay, okay, okay. Bis dato nichts. Und es wird eine dreckige... Wow, fuck. Oh, Mann, Alter. Abgeschenkt, es rutscht, Alter. Oh, wie scheiße. Es geht schon wieder los. Mein Badluck, Alter. Okay, wir machen einfach weiter. Ist es jetzt gut oder schlecht? Ist es jetzt gut oder schlecht? Ne, es ist nicht gut. Ich suche jetzt diesmal aus. Wir nehmen die Kiste und... Wir machen erstmal alle Chroma 2 auf. Vielleicht mache ich... Für eine Chroma 2 behalte ich fürs Ende. Komm, das hier orange. Schlüssel benutzen. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Ja, eine UMP. 45 Grand Prix, die habe ich leider schon. Ist auch ein bisschen blöd. Ist auch nicht sehr viel wert. Ist auch schon, wie man benutzt, wie man sieht, benutzt. Also ist auch nicht so geil. Gut, die ist halt ein Lila-Skin, aber ja. Kann man machen. Leute, das Ding ist halt, ich habe halt immer richtiges Badluck. Okay, pass auf. Focus, 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 focus. Komm schon. Die Nummer, die Nummer. Es wird die Nummer, es wird die Nummer vier. Okay, pass auf. Das Goldneif, das Goldneif, das Goldneif, das Goldneif, das Goldneif, das Goldneif. Drei, zwei, eins, go. Als ob, da war ein roter Skin, 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 da war ein roter Skin. Okay, C775 ist auch nicht schlecht. Kann man machen, sieht ganz leise aus, dieser Formel-1-Skin. Der ist sogar Factory-New, wie man sehen kann. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also, wobei der hat leicht hinger Brauchspuren, aber es sieht noch relativ Factory-New aus, viel testet. Maximal. Kann man machen, auf jeden Fall. Du verstehst gar nichts, ne? Ich verstehe gar nichts. Verschärfen, nur Warnow. Okay, Leute. Weiter geht's. Chroma 2-Kiste. Ich muss ganz kurz in mich gehen, okay? Ich gehe ganz kurz in mich. Nico, Nico, nimm das bitte ernst. Nimm das bitte ernst, okay? Ich weiß, dass das Dagi Bee ist. Nico, das ist die echte, okay? Sie spielt halt auch gerne. Hey, wo ist dein Problem? Nico, bleib ruhig, okay? Es wird die Kiste in der Mitte sein. Es wird die Kiste in der Mitte. Sie spielt auch noch Wettkampf. Und sie verliert, glaube ich, gerade. Schauen wir mal ganz kurz. Nee, kann ich noch gar nicht sehen. Ist sie noch in der Lobby? Okay, rub the gold knife, rub the gold knife. Okay, Leute. 3, 2, 1, go. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, Alter. Es kann doch nicht sein, dass ich immer so ein... Ja, nein, nein, nein! Fuck! Ich wollte die unbedingt haben. Also, ich habe das angeboten und sind gut. Das wäre mein Traumskin gewesen, Alter. Ich habe die nicht bekommen. Ja, Junge. Komm schon, komm schon. Bitte, 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 Alter, bitte. Ohne Witz. Ja, komm, fick dich in den Negev Manowar. Ohne Witz, Gaben, du fetter Hurensohn. Fick dich einfach. Was ist das für ein Dreck, Mann? Wir dürfen nicht aufgeben. Oh, ist die gut? Nee. Ich kriege die Naga, Alter. Gut, die Moetos wäre jetzt ziemlich cool gewesen. Die Naga habe ich leider schon. Nee, die habe ich noch nicht. Die packe ich mir auf jeden Fall rein. Ja, ist okay. Ist okay. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren sagen, ob ich jetzt schon im Plus bin oder nicht von den Skinswerten her. Ihr wisst ja, was ein Schlüssel kostet. Wie viele Krummerkies habe ich denn hier, Alter? Dann machen wir einfach mal die auf. Die lacht mich so ein bisschen an. Es wird aber auch wieder keinen geben, Mann. Ich sehe es schon wieder. Oh. Oh. Au. Au. Nice, Junge. Nice. Eine Shatterbox, Galil. Au. Die ist aber ziemlich verranzt, Alter. Die ist aber richtig verranzt. Die ist richtig verrannt. Aber eine Shatterbox. Können wir gleich mal gucken, was die wert ist. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich sehr nice. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich sehr nice. Okay, Leute. Letzter Chroma 2 Key. Letzte Chroma 2 Kiste. Nico. Power to the people, Alter. Ich klicke. Willst du klicken? Ja, ich will klicken. Digga, wenn das jetzt in die Hose geht, ich hau dir direkt. Wenn ich jetzt so richtig abkassiere, dann klicke ich. Ich boxe dich um, Alter. Nein, wenn ich jetzt so richtig abkassiere. Ich boxe dich richtig um, Alter. Ja, warte. Was? Du hast doch nur... Okay. Da war eine Galil Echo. UMP. Okay, dies. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Mann, Alter. Fick die Nägel. Fick Gaben. Fick dich, Nico, Mann. Was ist das? Leute, ich mach jetzt hier nicht los. Ich mach jetzt hier nicht los. Ich mach noch ein paar Chroma Keys. Auch, komm. Wir ballern jetzt nochmal drei Schüsse dazu. Drei Schüsse nochmal dazuholen, Leute. Ich hab jetzt echt... Ich will jetzt... Ey, ich will dieses fucking Knife haben, Alter. Ich will dieses... Mouth fucking Knife. Kennt ihr dieses Gefühl nicht? Wenn ihr unbedingt... Alles klar. Lasst ihr halt mal mehr Zeit im Bezahlvorgang. Ich mein... Hab ich gesagt, dass ich unerlich Zeit hab? Nee, hab ich nicht, Alter. Ohne Spaß. Weißt du, ich kann mich so über Leute wie Debitur... Kann ich mich nur abfacken. Weißt du, die einfach so ein... Perlack einfach... Die ziehen einfach Perlack... Junge, da kommt einfach mal gar nichts, ey. Die ziehen einfach Perlack... Die ziehen dir so einen scheiß Knife-Dreck. Ihr Konto wurde nicht belastet. Ja, danke. Ist auf jeden Fall... Alter... Auch mal jetzt... Kaufen, oder? Gaben, du fetter Huren. So willst du mein Geld nicht. Was ist mit dir? Alles klar, Leute. CSGO macht mir auf jeden Fall gerade wieder Kopfschmerzen. Leute. Ich krieg dieses verfickte Neif nicht. Ich werd's einfach nicht kriegen, Mann. Ich... Ich hätte so gern die M4-1S gehabt, ne? Es wär so schön gewesen, Alter. Aber die Galir Shatterbox ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ein Redskin. Ist, glaub ich, mein einziger Redskin bis dato. Ich glaub, ich hab... Ich hab noch ne... Ich hab die Ava hab ich nicht, ne. Achso. Okay, Leute. Wir gucken mal ganz kurz, was wir neu haben. Inventar. Wir kommen mal ganz kurz... Alle. Okay, wir haben ne Shatterbox und ne Asimov. Die Shatterbox machen wir auf jeden Fall mal rein. Dann haben wir noch die Dead Art Eagle Halo und die Naga. Ich weiß gar nicht... Die Shatterbox ist allerdings schon ein Kampfspur. Das heißt, die ist viel testet. Ist aber nicht schlecht. Ein Fälscheneich hab ich noch. Und ne Asimov. Ist auf jeden Fall schon mal... Also, es ist nochmal ein weiterer Redskin. Wie gesagt, sagt mir mal bitte, was die wert ist. Ähm, ich weiß es gar nicht. Ja, Leute. Es hat nicht sein sollen. Es ist hart traurig. Ähm, ich weine. Ich weine innerlich. Vor allen Dingen weine ich der M4-1S hinterher. Weil das mit Abstand die schönste Waffe in CSGO ist. Und ich kann mir vor allen Dingen keine neuen Keys mehr kaufen. Wie gesagt, ich hab auf jeden Fall diese paar Skins für den Lifetime als Giveaway. Hier haben wir zweimal ne UMP. Und ne C775Z Auto Pole Position. Kann ich weggeben. Ich glaube, ich kann doch die Tieres hier. Kann ich eigentlich auch weggeben. Die, äh, ist aber, glaube ich, noch ein Ticken schöner sogar, die Tieres. Ähm, ich hab... Ja, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Ähm, auf jeden Fall die Shatterbox hat mich gefreut. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Kann man machen. Und, ähm, ja. Ich schau mal ganz kurz. Vielleicht kriegen wir doch nochmal eine Kiste oder sowas geöffnet. Das wäre natürlich cool, wenn wir irgendwie noch eine Kromakiste hier geöffnet bekommen, Leute. Das wäre ziemlich geil. Ne. Geht leider nicht. Irgendwas scheint hier gerade nicht zu funktionieren. Tut mir leid, Leute. Dann war es noch von dieser Folge Case Opening. Lasst einen Daumen hoch da. Und ganz ehrlich, Alter, Gabe, du fetter Wichser. Dass du mir die M4-1-Essig gegeben hast, Alter. Das mit dem Knife regt mich nach. Aber, Leute, wir werden auf jeden Fall... Ich werde so lange Case Openings machen, bis ich einen Knife bekomme. Verlasst euch drauf. Lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr es unterhalten schweiftet. Schaut mal mit dem Nico vorbei. Der ist unten in der Beschreibung. Und, ja, alles weitere. Gabe, fick dich. Mach nichts Bescheid. Mach's gut.